Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Tabletopper.nl Ah, und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich mal eine Runde Oak and Iron von Firelock Games. Und zwar spiele ich mit dem Patrick, der die britische Flotte übernommen hat, und ich spiele die Piraten. Wir spielen auf 50 Punkte Patrouillengröße. Meine Gedanken zum Spiel gibt es wie immer danach. Und da erfahrt ihr auch, wer der Gewinner des Summoners-Regelbuchs und der exklusiven Vorbestellerminiatur ist. Bis dahin erstmal viel Spaß mit Oak and Iron. Patrick führt eine Flotte der englischen Krone ins Feld. Jede Fraktion in Oak and Iron hat eigene Sonderregeln. Die englischen Schiffe haben besonders fähige Seemänner, wodurch sie bei Skill-Tests ein Würfel mehr werfen dürfen. Und ihre Kanonen sind auf lange Reichweite besonders effektiv. Patricks Flaggschiff ist eine leichte Galeone mit einem Skill-Upgrade und zusätzlichen Kanonen. Außerdem hat er noch das Expert-Gunner-Upgrade. Sein Admiral ist Henry Morgan, ein Level-1-Admiral. Des Weiteren enthält seine Flotte noch eine Fluid ohne Upgrades und eine Brigantine ebenfalls ohne Upgrades. Ich führe eine Piratenflotte ins Feld. Die Piraten haben besonders schnelle und wendige Schiffe, können Initiative-Karten von mehreren Nationen benutzen und kommen günstiger an Crew-Upgrades. Mein Flaggschiff ist die Queen Anne's Revenge mit dem Skilled-Carpenter-Upgrade. Mein Admiral ist Edward Blackbeard Teach, der die Queen Anne's Revenge unter anderem als zwei Schiffe zählen lässt, wenn es darum geht, ob sich die Piraten zurückziehen müssen. Meine Flotte enthält außerdem eine Petite Fregatte mit zusätzlicher Besatzung und dem Weatherly-Upgrade, was ihre Geschwindigkeit bei windwerter Ausrichtung um 1 erhöht. Mein letztes Schiff ist die Revenge mit einem Expert-Sailing-Master. Zu Beginn des Spiels ziehen wir eine Missionszielkarte. Das ist unser Szenario. Dann decken wir jeweils drei Aufstellungskarten, drei Geländekarten und drei Bedingungen-Karten auf. Unser Szenario ist Spy. Wir platzieren drei Objective-Marker auf dem Spielfeld und diese müssen von den Schiffen des Angreifers aufgesammelt werden. Jedes Angreiferschiff mit einem Objective-Marker gibt einen Strike-Punkt für den Verteidiger. Strike-Punkte sind sozusagen umgekehrte Siegpunkte, die unter anderem auch durch das Versenken oder Verkrüppeln von Schiffen verteilt werden. Hat ein Spieler am Ende einer Runde mehr Strike-Punkte als er Schiffe hat, dann zieht er sich zurück und hat verloren. Das Spiel geht zehn Runden oder bis sich ein Spieler zurückgezogen hat. Wir würfeln gegeneinander und zählen die Anzahl der Segel und Schädel. Ich habe ein Segel und Patrick ein Segel und ein Schädel. Patrick entscheidet, dass ich der Angreifer sein soll. Da das für die Aufstellungszonen relevant ist, platzieren wir den Windmarker auf Patricks Spielfeldkante. Beginnt mit mir, wählen wir jetzt abwechselnd eine Karte aus jeder Kategorie, bis jeder Spieler aus jeder Kategorie eine Karte gezogen hat. Ich entscheide mich für die Bedingungskarte Nebel. Dadurch kann ich bis zu drei Nebelbänke zum Terrainpool hinzufügen. Patrick wählt die Aufstellungskarte Corners und darf seine Schiffe in zwei Spielfeldvierteln aufstellen. Ich wähle die Terrainkarte Isolierte Inseln und kann damit bis zu zwei Inseln oder Felsen zum Terrainpool hinzufügen. Patrick wählt die Terrainkarte Küstenlinie und kann Sandbänke, Inseln und Felsen hinzufügen. Ich wähle die Lea-Lea-Gouch-Glo-Sorry, ich hab keine Ahnung wie man das ausspricht, Aufstellungskarte und kann meine Schiffe auf der Windkanten abgewandten Hälfte aufstellen. Aufstellungszonen können sich überschneiden, allerdings müssen Schiffe dabei einen Mindestabstand halten. Patrick wählt zuletzt noch Local Pilot als Bedingungskarte und segelt damit besser über Sandbänke. Basierend auf den gewählten Karten stellen wir jetzt das Spielfeld zusammen. Die Geländestücke und die Missionsziele platzieren wir abwechselnd und die Schiffe werden anhand der Aufstellungskarten platziert. Der Verteidiger stellt dabei das erste Schiff auf und alle verfeindeten Schiffe müssen weiter als Kanonendistanz voneinander aufgestellt werden. Als Teil unserer Flottenzusammenstellung haben wir uns beide eine Hand aus Initiativekarten zusammengestellt. Nach der Aufstellung wähle ich zuerst die Karte Adjust Position. Ich habe meine Schiffe seitwärts zum Wind und in Formation aufgestellt. Solange sie diese beibehalten, bekommen sie Vorteile beim Schießen. Patrick hat seine Aufstellungskarte genutzt und seine Brigantine etwas vorgelagert platziert, um das Missionsziel zu schützen. Seine restlichen zwei Schiffe sind in der Nebelbank versteckt. Jede Runde beginnt mit der Initiativephase und wir decken die zuvor ausgelegten Karten auf. Wir haben beide einen Wert von 4, was einen Gleichstand bedeutet. In diesem Fall müssen wir eine Eventkarte ziehen und ich ziehe eingeschränkte Sicht. Das heißt, dass alle Reichweiten um eine Stufe reduziert werden. Da unsere Admirale beide dasselbe Level haben, müssen wir normalerweise jetzt um die Initiative würfeln. Patrick's Admiral kann dessen Initiativewert allerdings um 1 nach oben oder nach unten verschieben. Und der reduziert seine Initiative auf 3, sodass ich anfangen muss. Am Ende der Initiativephase müssen wir gleich noch die Initiativekarte für die nächste Runde auslegen. In der Bewegungsphase werden jetzt abwechselnd alle Schiffe bewegt. Ich aktiviere die Revenge und bestimme zunächst ihre Ausrichtung zum Wind, um ihre Geschwindigkeit zu bestimmen. Dafür prüfe ich, ob die Front oder die Rückseite der Schiffsspace näher an der Windkante ist. In diesem Fall sind beide Kanten gleich weit entfernt. Das heißt, ich nehme den günstigeren Wert, was aber bei der Revenge egal ist, weil sie aus allen Windrichtungen die gleiche Geschwindigkeit hat. Vor der Bewegung kann ich eine Seamanship-Aktion machen. Ich werfe dafür 5 Würfel und brauche mindestens ein Segel oder einen Totenschädel. Was ich schaffe. Ich nutze den Erfolg, um eine freie Drehung mit Geschwindigkeit 1 durchzuführen. Und dann mache ich dank meiner Windausrichtung eine Bewegung mit Geschwindigkeit 3. Zu Beginn oder am Ende einer Bewegung kann ein Schiff eine freie Drehung machen. In diesem Fall entscheide ich mich aber dagegen. Nach der Bewegung kann jedes Schiff noch eine Crew-Aktion durchführen und ich erhöhe die Segeleinstellung der Revenge auf das Maximum. Dadurch bekommen sie plus 1 auf ihre Geschwindigkeit, kann allerdings ihre Kanonen als Crew-Aktion nicht nachladen. Patrick aktiviert seine Brigantine und verpatzt den Seamanship-Test. Die Brigantine hat die Yeah-Regel, das heißt sie kann sich vor und nach ihrer Bewegung drehen. Patrick manövriert die Brigantine vor das nächste Missionsziel. Er macht allerdings keine Crew-Aktion. Ich aktiviere als nächstes die Queen Anne und verzichte auf den Seamanship-Test. Stattdessen bewege ich sie wieder in Formation mit der Revenge und setze volle Segel. Patrick aktiviert sein Flaggschiff und schafft den Skill-Test. Damit macht er eine freie Drehung. Und da sie den Wind im Rücken hat, fährt die Galeone mit Geschwindigkeit 3 nach vorne und macht dann noch eine leichte Drehung. Und dann setzt sie volle Segel. Meine Petite-Fregatte macht das gleiche wie die Queen Anne und schließt sich der Formation wieder an. Und auch sie setzt volle Segel. Patricks Fluid schafft ihren Skill-Test, macht eine freie Drehung und schließt sich der Galeone an. Sie dreht sich noch ein Stück vom Wind weg und setzt volle Segel. Normalerweise würde jetzt die Angriffsphase folgen, aber aktuell sind keine Schiffe in Reichweite zueinander. Das heißt, die erste Runde ist beendet. Unsere Initiative-Karten aus dieser Runde kommen zurück auf die Hand. Zu Beginn der zweiten Runde decken wir die Initiative-Karten auf, die wir in der letzten Runde gespielt haben. Ich habe Down mit Initiative 1, die Karte hilft mir, Schaden durch Beschuss abzuwenden und Patrick hat Long-Range Gunnery mit Initiative 2, was ihm bei langreichweiten Beschuss hilft. Wir spielen die Initiative-Karten für die nächste Runde und ich spiele wieder Adjust-Position. Patrick aktiviert seine Galeone und schafft seinen Skill-Check. Das Schiff dreht sich weiter weg vom Wind und fährt dann dank seiner vollen Segel mit Geschwindigkeit 4 auf mich zu. Und dann senkt Patrick die Segel wieder auf die Standard-Battle-Sails-Höhe. Ich aktiviere die Revenge und schaffe den Skill-Test. Ich erhöhe damit meine Geschwindigkeit temporär um 1 und fahre mit Geschwindigkeit 5 auf das Missionsziel zu. Die Brigantine verpatzt erneut ihren Skill-Test und fährt weiter geradeaus im Versuch, meinen Kurs zu kreuzen. Die Queen Anne schafft ihren Skill-Test, erhöht ebenfalls für diese Runde ihre Geschwindigkeit und schließt sich der Revenge an. Die Fluid verpatzt ihren Test und fährt der Galeone hinterher. Die Petit-Fregat verpatzt ihren Test ebenfalls, versucht aber trotzdem zur Formation aufzuschließen. In der Angriffsphase feuert die Brigantine auf die Revenge. Die Revenge ist nicht im Breitseitenpfad der Brigantine, daher kann sie keine Breitseite abfeuern, allerdings ist sie in Musketenreichweite, das heißt die Brigantine kann eine Partial-Attack durchführen. Das heißt Patrick wirft eine Anzahl Würfel gleich seinem Crew-Wert statt seinem Kanonen-Wert und aufgrund der Reichweite trifft er auf Kanonen- und Musketen-Ergebnissen. Allerdings geht der Schuss daneben. Die Revenge erwidert das Feuer ebenfalls mit einer Partial-Attack. Sie hat einen Crew-Wert von 2, allerdings gehen beide Schüsse daneben. Damit ist auch diese Runde noch relativ ereignislos zu Ende gegangen. Wir decken unsere Initiative-Karten auf und ich habe Initiative 4, Adjust Position und Patrick ebenfalls Initiative 4 mit League-Gauge-Fire, wodurch er, wenn er mit dem Wind schießt, besser trifft. Da wir die gleiche Initiative haben, müssen wir wieder eine Event-Karte ziehen und wir ziehen Calm, wodurch unsere Geschwindigkeiten um 1 reduziert werden. Für die nächste Runde lege ich Raise the Black aus. Dank seinem Admiral reißt Patrick die Initiative an sich, aktiviert seine Galeone und schafft den Test. Er dreht sich leicht in Windrichtung, dann bewegt er sich mit Geschwindigkeit 3 und dreht sich dann nochmal leicht in den Wind. Und dann setzt die Galeone volle Segel. Die Revenge schafft ihren Skill-Test und ich erhöhe damit ihre Geschwindigkeit und durch ihre Fast-Regel kann ich sie noch ein weiteres Mal erhöhen und fahre wieder mit Geschwindigkeit 5. Und da ich jetzt in Musketen-Reichweite zum ersten Missionsziel bin, kann ich meine Crew-Aktion benutzen, um dieses aufzusammeln. Die Fluid behält ihren Kurs weiter bei und dreht sich dann leicht vom Wind weg. Die Queen Anne schafft ihren Skill-Test und da sie ebenfalls Fast ist, kann sie mit Geschwindigkeit 5 zur Revenge aufschließen. Die Brigantine schafft ihren Skill-Test ebenfalls und erhöht ihre Geschwindigkeit, damit sie wieder auf 3 kommt und platziert sich vor der Revenge. Meine Petite-Fregatte schafft ihren Skill-Test ebenfalls. Sie ist ebenfalls Fast und schließt zur Queen Anne auf. In der Angriffsphase feuert die Galeone eine Breitseite auf die Revenge. Patrick wirft jetzt eine Anzahl Würfel gleich seinen Kanonenwert und normalerweise würde er auf diese Distanz nur auf Kanonen-Ergebnissen treffen. Durch seine Initiative-Karte trifft er allerdings schon auf Kanonen und Musketen. Dadurch landet er insgesamt 3 Treffer. Die Revenge hat normalerweise einen Fortitude-Wert von 1. Das heißt, jeder Treffer würde einen Schadenspunkt bedeuten. Da sie die Small-Regel hat, hat sie auf Kanonendistanz allerdings einen Fortitude-Wert von 2. Das heißt, für jede 2 Treffer wird ein Schadenspunkt verursacht. Patrick gibt einen Fortune-Punkt aus, um den Wurf zu wiederholen. Davon hat jeder Spieler pro Spiel 3 Stück. Er landet wieder 3 Treffer. Allerdings ist einer davon ein Totenschädel, was einen kritischen Treffer bedeutet. Diesen Würfel werfen wir jetzt nochmal auf der kritischen Treffertabelle. Der Säbel bedeutet 1 Fatigue-Punkt für die Revenge. Insgesamt erleidet das Schiff also 1 Punkt Höhlenschaden, da der überschüssige Treffer verfällt, und 2 Punkte Fatigue, weil bei mindestens einem Treffer automatisch 1 Fatigue aufgebaut wird. Die Revenge erwidert das Feuer auf die Galeone. Die 2 Punkte Fatigue werden allerdings von ihrer Feuerkraft abgezogen. Das heißt, statt 5 wirft sie nur noch 3 Würfel. Allerdings ist die Revenge in Formation mit der Queen Anne, und dadurch bekomme ich wieder einen Angriffswürfel mehr. Ich brauche Kanonen zum Treffen und verfehle komplett. Die Brigantine feuert ebenfalls eine Breitseite auf die Revenge, und dieses Mal auf Pistolendistanz. Dadurch treffen sämtliche Schüsse inklusive einem kritischen Treffer, der einen weiteren Punkt Schaden verursacht. Die Revenge erleidet einen weiteren Punkt Fatigue, und insgesamt 5 Punkte Hüllenschaden, da sie auf diese Distanz nur noch einen Fortitude Wert von 1 hat. Die Queen Anne kann nicht feuern, da sie durch den Nebel feuern müsste, die ihre Reichweite um 1 reduziert. Nach vorne hat sie auch keine Sichtlinie, und damit endet die Runde ziemlich schmerzhaft für mich. Wir decken unsere Initiative-Karten auf, und ich habe mit Race the Black Initiative 3, und Patrick mit Long Range Gunnery Initiative 2. Für die nächste Runde mache ich Seize the Opportunity bereit. Patrick erhöht seine Initiative auf 3, das heißt wir müssen gegeneinander würfeln, und er hat 3 Erfolge und ich keinen. Die Brigantine aktiviert zuerst, schafft ihren Skill-Test und dreht sich ein. Dann dreht sie sich ein weiteres Mal und platziert sich erneut vor der Revenge. Sie nutzt ihre Crew-Aktion, um die Breitseite nachzuladen. An dieser Stelle fällt uns noch ein, dass die Brigantine durch die Race the Black Initiative-Karte noch einen Skill-Check mit 3 Würfeln machen muss, und wenn sie diesen nicht schafft, dann erleidet sie einen Fatigue-Punkt. Aber Patrick schafft den Test. Ich aktiviere die Revenge und mache einen Skill-Test, aber auch hier werden die Fatigue-Punkte abgezogen und ich werfe nur noch 2 Würfel. Trotzdem schaffe ich den Test. Ich mache damit eine Freidrehung, gefolgt von einer weiteren, und dann schießt die Revenge mit Geschwindigkeit 4 davon. Und da sie ebenfalls über die Yeah-Regel verfügt, dreht sie sich am Schluss nochmal ein. Meine Crew-Action verwende ich für eine Reparatur und entferne damit einen Schadenspunkt. Die Galeone schafft ihren Skill-Check, erhöht damit ihre Geschwindigkeit und manövriert sich in den Weg der Revenge. Die Queen Mary dreht sich mit einem erfolgreichen Skill-Check in den Wind und fährt dann direkt in den Nebel hinein. Die Fluid macht ebenfalls erfolgreich eine freie Drehung und fährt dann parallel zum Kurs der Galeone. Die Petite Fregat verpatzt mal wieder ihren Skill-Test und folgt der Queen Anne's Revenge. In der Angriffsphase feuert die Fluid eine Breitseite gegen die Queen Mary und sie landet insgesamt 4 Treffer, von denen 3 kritisch sind. Diese verursachen aber zum Glück nur einen zusätzlichen Fatigue-Punkt, weil Pistolen-Ergebnisse keine Auswirkungen haben. Das heißt, die Queen Anne's Revenge erleidet 2 Fatigue-Punkte und durch ihre Fortitude von 2, 2 Schadenspunkte. Ich aktiviere die Queen Anne und lege ihre Skilled Carpenter-Karte ab, um einen Schadenspunkt zu heilen. Und dann feuere ich eine Breitseite auf die Brigantine. Durch meine Formation und die Fatigue-Punkte bin ich bei 5 Würfeln. Ich treffe auf Musketen oder höher und treffe 2 Mal, inklusive einem kritischen Treffer. Der kritische Trefferwurf ergibt einen weiteren Schadenspunkt und gegen Fortitude 1 erziele ich insgesamt 3 Punkte Schaden und 1 Punkt Fatigue. Die Galeone feuert noch eine Partial Attack auf die Revenge, weil man für diese nicht nachladen muss. Auf Pistolenreichweite landet sie einen Treffer. Das heißt, die Revenge erleidet wieder einen Punkt Schaden. Die Revenge feuert eine Partial Attack auf die Brigantine. Auch hier wird die Würfelanzahl durch Fatigue reduziert, allerdings kann man nie weniger als einen Würfel werfen. Ich treffe kritisch und verursache einen Punkt mehr Fatigue. Für einen Schadenspunkt und zwei Fatigue-Punkte. Zuletzt feuert die Brigantine noch eine Breitseite auf die Queen Anne's Revenge, aber der Schuss verfehlt. Die Raise the Black-Karte kann ich nicht zurück auf die Hand nehmen und muss sie ablegen. Wir decken unsere Karten auf und ich habe Initiative 5 Seize the Opportunity, wodurch ich bei Attacken zwei Würfel mehr werfen darf, solange ich nicht in Formation bin. Und Patrick hat ebenfalls Initiative 5 mit Fast Loaders, wodurch er sofort einen Reload-Marker von jedem seiner Schiffe entfernen kann. Patrick erhöht natürlich wieder seine Initiative, wir müssen aber trotzdem eine Event-Karte ziehen, die unsere Geschwindigkeit um 1 erhöht. Für die nächste Runde bereite ich wieder Adjust Position vor, vielleicht benutze ich den Effekt doch irgendwann mal. Die Galeone macht mit einem erfolgreichen Skill-Check eine Drehung und setzt sich neben die Revenge. Und dann reduziert sie ihre Segel wieder auf Battle Sails. Ich aktiviere die Revenge und da ihre Vorderkante jetzt näher an der Windseite ist, als die Mitte ihrer Seitenkante, befindet sie sich im Auge des Windes, dem Wind's Eye. Das heißt, dass sie außer Drehungen keine Bewegungen durchführen kann. Ich versuche die Revenge in eine geschickte Position zu bringen, muss aber feststellen, dass das kaum möglich ist. Daher entscheide ich mich zur piratigsten Option, die mir einfällt. Alles klar machen zum Enter! Normalerweise muss ich für ein Enter-Manöver einen Skill-Check ablegen, aber statt zu testen, lege ich meine Expert-Sailing-Master-Karte ab, was mir einen automatischen Erfolg beschert. Ich bin nah genug an der Galeone dran und die Revenge wird jetzt an diese herangezogen. Die beiden Schiffe sind jetzt miteinander verwickelt. Die Brigantine wendet mit einem erfolgreichen Skill-Check und fährt Richtung Spielfeldkante. Dann macht sie eine Rally-Crew-Aktion und baut damit ein Fatigue ab. Die Queen Anne ist ebenfalls im Wind's Eye. Ich schaffe ihren Skill-Check für eine freie Drehung und drehe sie dann noch ein weiteres Mal. Ich fahre unter vollen Segeln, daher kann ich nicht nachladen und daher mache ich eine Rally-Aktion, die dank Blackbeard gleich zwei Fatigue-Punkte abbaut. Die Fluid schließt zur Galeone auf und geht auf Battle Sails. Die Petite Fregatte ist wie alle meine Schiffe im Wind's Eye, super Leistung Tobias. Sie verpastet ihren Skill-Test und kann sich daher nur einmal drehen. Die Brigantine feuert eine Breitseite auf die Queen Anne's Revenge. Auf Musketendistanz trifft sie einmal, dadurch verursacht sie keinen Schaden, aber ein Fatigue. Ich aktiviere die Revenge und führe eine Ente-Attacke durch. Ich werfe jetzt eine Anzahl Würfel gleich meinem Crew-Wert plus drei und minus meiner Fatigue. Da bleibt aber leider nur ein Würfel übrig. Für jeden Säbel, jeden Totenschädel und jede Pistole erleidet die Galeone einen Punkt Fatigue. Und ich werfe einen Schädel. Die Fluid feuert eine Breitseite auf die Queen Anne. Sie feuert auf Musketendistanz und trifft dreimal inklusive einem kritischen Treffer, der einen weiteren Fatigue-Punkt verursacht. Ich erleide einen Punkt Schaden und zwei Punkte Fatigue. Ich aktiviere die Petite Fregat und feuere auf die Brigantine. Der Schuss geht komplett daneben, daher verwende ich einen Fortune-Punkt, um den Wurf zu wiederholen. Und dieses Mal treffe ich ein einziges Mal. Das bedeutet einen Schaden und einen Fatigue. Die Galeone macht mit insgesamt vier Würfeln eine Ente-Attacke gegen die Revenge und landet einen Treffer. Patrick wiederholt für einen Fortune-Punkt und trifft dieses Mal vier Mal. Das bedeutet vier Fatigue-Punkte für die Revenge. Die Queen Anne macht noch eine Partial-Attack gegen die Brigantine. Aber die geht daneben. An der Stelle erinnere ich mich an den Effekt der Initiative-Karte, die ich diese Runde gespielt habe, die mir zwei Extra-Würfel gibt. Und siehe da, wenigstens ein Schuss trifft und die Brigantine erleidet einen Schadenspunkt und einen Fatigue. Wir decken unsere Initiative-Karten auf und ich habe Initiative 4 mit Adjust Position und Patrick hat Initiative 3 mit Effective Fire, was den Breitseitenwert seiner Schiffe um 1 erhöht. Für die nächste Runde mache ich wieder die Down-Karte bereit. Patrick pusht seine Initiative ebenfalls auf 4, das heißt, wir müssen wieder eine Event-Karte ziehen und wir ziehen Good Omen. Wir müssen jetzt einen Challenge-Test gegeneinander würfeln, das heißt, wir machen einen Skill-Test für jedes unserer Flaggschiffe inklusive aller Modifikatoren und wer mehr Erfolge hat, gewinnt. Ich habe zwei Erfolge für die Queen Anne's Revenge und Patrick hat nur einen. Ich darf jetzt bis zu zwei Fatigue abbauen und wähle dafür die Queen Anne's Revenge. Der folgende Initiative-Wurf ist ebenfalls ein Challenge-Test und Patrick hat einen Erfolg und ich erneut zwei. Ich aktiviere die Queen Anne und schaffe ihren Skill-Test und pushe ihre Geschwindigkeit. Dann bewege ich sie von dem immer noch tobenden Gefecht weg, mit dem Ziel, sie näher an eines der Missionsziele heranzubringen. Als Crew-Aktion repariere ich einen Punkt Schaden. Die Brigantine aktiviert, schafft ihren Skill-Check und erhöht ihre Geschwindigkeit auf 4. Nach ihrer Bewegung dreht sie sich noch leicht ein. Und als Crew-Aktion lädt sie ihre rechte Breitseite hin. Die Petite Fregat aktiviert und sie ist immer noch im Wind's Eye. Ich entscheide mich, sie nicht zu drehen. Stattdessen mache ich als Crew-Aktion eine Enter-Aktion und bin erfolgreich. Mit lautem Johlen und Fluchen dockt die Petite Fregat an die Brigantine an. Die Galeone aktiviert und versucht sich von der Revenge loszuschneiden. Dafür muss sie einen Skill-Test machen, den sie schafft. Sie wird jetzt von der Revenge weggeschoben, darf sich in dieser Runde allerdings nur mit Geschwindigkeit 1 bewegen. Als Crew-Aktion baut sie ein Fatigue ab. Die Revenge ist nach wie vor im Wind's Eye. Sie dreht sich einmal leicht von der Galeone weg und repariert einen Schadenspunkt. Die Fluid dreht sich mit einem erfolgreichen Skill-Check auf die Revenge zu und versucht ihr dann den Weg abzuschneiden. Und dann lädt sie noch nach. In der Angriffsphase aktiviere ich die Petite Fregat und mache eine Enter-Attacke gegen die Brigantine. Ich habe dieses Mal 6 Würfel und treffe aber nur 2 Mal. Ich verwende meinen zweiten Fortune-Punkt und treffe wieder nur 2 Mal. Was 2 Fatigue-Punkte bedeutet und die Brigantine hat noch 2 übrig. Patrick aktiviert die Fluid und feuert nach links und nach rechts jeweils eine Breitseite, weil beide gegnerischen Schiffe in seinem Breitseiten-Korridor sind. Die Queen Anne ist zuerst dran und er leitet insgesamt 5 Treffer für 2 Schaden und 1 Fatigue. Die linke Salve geht auf die Revenge und Patrick landet 5 Treffer. Die Revenge ist damit crippled, das heißt sie kann sich nur noch mit Geschwindigkeit 2 bewegen und jeder weitere Schaden wird zu Fatigue. Der überschüssige Schaden aus dieser Attacke reicht allerdings aus, um sie gleichzeitig auf ihr Fatigue-Maximum zu bringen, das heißt die Revenge ist out of action und das aufgesammelte Missionsziel ist verloren. Die Brigantine macht noch eine Enter-Attacke gegen die Petite Fregat, verursacht aber keinen Schaden. Am Ende der Runde müssen wir prüfen, ob die Revenge sinkt. Das tut sie auf einem Schädel oder einem Segel, aber sie bleibt noch über Wasser. In der Initiative-Phase habe ich die Karte, die ich eigentlich in der letzten Runde hätte brauchen können. Alle Fatigue-Punkte, die ich bekommen, werden um 1 reduziert und Patrick spielt wieder Lee-Gage-Fire. Ja, ich habe nachgeguckt, wie man das ausspricht. Nein, ich werde meine falsche Aussprache von vorhin nicht korrigieren und er hat damit die Initiative. Für die nächste Runde spiele ich Deception. Die Galeone fährt an der brennenden Revenge vorbei. Die Queen Anne verpatzt ihren Skill-Check und fährt weiter auf das nächste Missionsziel zu. Die Fluid dreht sich mit einem erfolgreichen Skill-Check und setzt sich hinter die Queen Anne. Und dann lädt sie ihre rechte Seite noch nach. Die Petite Fregatte bleibt, wo sie ist. Und die Brigantine ebenfalls. Und diese baut auch noch Fatigue ab. Die Fluid ist jetzt in perfekter Position für eine Rake-Attacke gegen die Queen Anne's Revenge. Dafür muss sie sich in Musketenreichweite befinden und von der Mitte ihrer Breitseitenkante muss rechtwinklig eine gerade Linie durch das Heck und die Front der Queen Anne's Revenge gezogen werden können. Kanonen- und Schädelergebnisse zählen jetzt als kritische Treffer. Bei mindestens einem Treffer gibt es zwei Fatigue statt einem und weil der Schuss ins Heck geht, wird meine Fortitude auf 1 reduziert. Selbstverständlich trifft nur ein einziger Schuss. Dank seiner Fraktionssonderregel darf Patrick ein Säbe wiederholen und er landet einen kritischen Treffer, der direkt einen Schaden verursacht. Das heißt, ich bekomme drei Schaden, durch meine Initiative-Karte aber nur ein Fatigue. Die Petite Fregatte macht ihre Nahkampf-Attacke gegen die Brigantine und die Treffer reichen aus, damit die Brigantine ihr Fatigue-Maximum erreicht. Das heißt, sie ist jetzt shaken und kann keine Crew-Aktionen mehr außer Rallye durchführen. Die Galeone feuert noch eine Breitseite auf die Petite Fregatte. Der Schuss geht komplett daneben, Patrick wiederholt für seinen letzten Fortune-Punkt und erzielt zwei Treffer. Das bedeutet ein Schadenspunkt, aber kein Fatigue dank der Down-Initiative-Karte. Da ich mich jetzt am Ende der Runde im direkten Kontakt mit einem Schiff befinde, dessen Crew shaken ist, darf ich mich entscheiden, es zu zerstören oder es zu übernehmen. Da ein übernommenes Schiff vom Gegner auch wieder zurückerobert werden kann, entscheide ich mich für die Zerstörungsoption. Das Schiff ist out of action, was Patrick zwei Strike-Punkte einbringt. Die Petite Fregatte löst sich jetzt automatisch vom zerstörten Schiff. Damit haben wir jetzt beide zwei Strike-Punkte und noch zwei Schiffe auf dem Feld, wobei die Queen Ends Revenge als zwei Schiffe gilt. Die Revenge weigert sich weiterhin zu sinken und die Brigantine ebenfalls. Wir decken unsere Karten auf und ich habe Deception, wodurch meine Schiffe nicht auf Kanonendistanz beschossen werden können. Patrick hat Long-Range Gunnery, ebenfalls für Initiative Wert 2. Wir ziehen daher eine Event-Karte und ziehen Wind-Direction-Change. Wir machen einen Challenge-Test und der Gewinner muss die Windrichtung an eine angrenzende Tischkante verschieben. Patrick gewinnt den Challenge-Test und verschiebt den Wind auf meine linke Seite. Dann pusht er mit Henry Morgan wieder seine Initiative, aktiviert die Galeone, pusht erfolgreich ihre Geschwindigkeit und bringt sie in Position, um weiter auf meine Petite Fregatte zu feuern. Diese aktiviert auch gleich und vermasselt abermals ihren Skill-Check und fährt geradewegs auf die Galeone zu, dreht sich aber noch ein, in der Hoffnung keine Rake-Attacke abzukriegen. Und dann holt sie noch ihre Segel ein, um wieder auf Battle-Sails zu fahren. Die Fluid schafft ihren Skill-Check und erhöht ihre Geschwindigkeit und bringt sich ebenfalls in Feuerposition zur Petite Fregatte. Oh je, das sieht nicht gut aus. Und dann lädt sie natürlich noch ihre linke Breitseite nach. Die Queen Anne steht jetzt im Wind's Eye und schafft ihren Skill-Test und macht eine freie Drehung und noch eine weitere. Wenn die Petite Fregatte überlebt, könnte die Queen Anne sogar noch in Reichweite zu einem der Missionsziele kommen und die lästigen Briten doch noch vom Feld zwingen. Aber erstmal feuert die Fluid eine Breitseite auf meine Petite Fregatte. Sie landet drei Treffer, inklusive einem kritischen, der allerdings keinen Effekt hat. Die Fregatte erleidet einen Schaden und einen Fatigue. Sie revanchiert sich auch gleich mit einer Breitseite gegen die Fluid und mit zwei Treffern verursacht sie einen Schaden und einen Fatigue. Dann eröffnet die Galeone das Feuer und landet vier Treffer, von denen zwei kritische sind. Durch das Expert Gunners Upgrade bedeuten die zwei Totenköpfe automatisch einen Extrapunkt Schaden, aber die kritischen Trefferwürfe haben keinen weiteren Effekt. Das heißt, die Petite Fregatte erleidet nochmal drei Schaden und einen Fatigue-Punkt. Am Ende der Runde erliegt die tapfere Revenge endlich ihren Wunden und geht unter. Wir decken wieder unsere Initiative-Karten auf und ich habe mal wieder Adjust Position. Und Patrick hat Effective Fire für plus einen Würfel auf Breitseiten. Für die nächste Runde, sofern sie denn kommen mag, spiele ich wieder Down. Patrick pusht wieder seine Initiative, gewinnt den Initiative-Wurf und bringt seine Galeone für eine weitere tödliche Salve in Position. Die Queen Anne gibt voll Gas, schafft es aber leider nicht in Musketenreichweite zum nächsten Missionsziel. Halt durch, Petite Fregatte, halt durch! Die Fluid fährt weiter nach vorne und bedrohlich nahe an die brennende Brigantine heran und lädt dann ihre Geschütze nach. Die Petite Fregatte verpatzt ihren Skillcheck und versucht verzweifelt, die Todeszone zu verlassen, was ihr aber nicht wirklich gelingen will. Die Galeone eröffnet aus nächster Nähe das Feuer und sämtliche Schüsse treffen. Das ergibt drei Punkte Schaden und crippelt die Petite Fregatte und durch den überschüssigen Schaden erleidet sie insgesamt zwei Punkte Fatigue. Die Petite Fregatte feuert eine verzweifelte letzte Breitseite gegen die Galeone, die aber leider daneben geht. Zuletzt schließt sich noch die Fluid der Kanonade an. Sie erzielt zwei Treffer und dadurch erleidet die Petite Fregatte zwei Fatigue-Punkte. Durch ihr Crew-Upgrade kann sie aber noch drei mehr einstecken. Am Ende der Runde sinkt jetzt auch die Brigantine. Wir decken ein letztes Mal Initiative-Karten auf und ich habe Down für Minus Eins auf Fatigue und Patrick hat Lee Gage-Fire. Die Fluid setzt sich gekonnt hinter die Petite Fregatte und lädt dann nach. Die Queen Anne verpatzt ihren Skill-Wurf und kommt dadurch gerade so nicht an das Missionsziel heran. Die Galeone setzt sich ebenfalls hinter die Petite Fregatte und diese versucht verzweifelt davonzukommen, kann allerdings nur noch mit Geschwindigkeit 2 fahren und repariert als Crew-Aktion einen Punkt Schaden. Die Galeone feuert ihre Breitseite in die Petite Fregatte. Sie trifft fünfmal inklusive zwei Schädelsymbolen, von denen eines ein extra Fatigue bedeutet und damit ist das Schiff sowohl crippled als auch shaken und damit aus dem Spiel. Damit bin ich am Ende der Runde bei vier Strike Points, die ich auch mit der doppelzählenden Queen Anne's Revenge nicht ausgleichen kann und der Sieg geht dieses Mal an die britische Krone. Gutes Spiel, Patrick! Bevor ich meine Gedanken zum Spiel gebe, gibt es jetzt natürlich die Auflösung meiner Verlosung von vor zwei Wochen für das Summoners-Regelbuch und die exklusive Summoners-Vorbestellerfigur und zwar ist der Gewinner der Verlosung, lass mich kurz schauen, der Der Haida, also der Name ist Der Haida. Der Haida, toller Name, herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte bei mir per Mail an bierundbrezeltabletop at gmail.com schicke am besten gleich noch einen Screenshot mit, der irgendwie belegt, dass das tatsächlich auch dein Account ist und dann klären wir das, wie wir das Zeug zu dir kriegen. An alle anderen, sorry, dass es dieses Mal nicht geklappt hat, aber seid euch sicher, ich hab schon wieder die nächsten paar Verlosungen in petto, also für euch gibt's dann auch wieder ganz viele Chancen, auch mal was abzustauben und ja, ich wünsch euch dabei schon mal jetzt viel Erfolg. Ja, das war mein erstes, oder besser gesagt unser erstes richtiges Oak & Iron Match und man hat vielleicht, keine Ahnung, gesehen, dass es unser erstes Match war und ich find's richtig gut. Also, puh, ich hätt gar nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da erstmal relativ neutral rangegangen. Beim Unboxing sind ja schon so ein paar Stimmen laut geworden, die nicht so ganz happy waren mit den Figuren, wie die aussehen mit der Qualität und dem Preis und ja, ich muss sagen, die Figuren sind tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht mal so hübsch, aber das liegt primär an dem Material, weil nachdem ich die Figuren mal angemalt hab und das sieht man jetzt vielleicht, das hat man vielleicht schon bei einigen Bildern gesehen, die ich gepostet hab, machen die doch ganz schön was her und die sind tatsächlich auch sehr, sehr fix und sehr, sehr angenehm zu bemalen. Erstmal so viel dazu, aber das bringt natürlich alles nix, wenn das Spiel nicht gut ist und ich find's wirklich gut. Das ist wirklich so ein richtiges irgendwie szenastisches Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, das Spiel fühlt sich so richtig an, wie sich's anfühlen soll. Es fühlt sich definitiv nicht an, wie so ein klassisches, militärisches, historisches Spiel, das sehr, sehr stark auf Simulation geht, sondern es fühlt sich viel gamiger an. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist so mit diesen, mit diesen extra Karten, die man hat, mit den Initiative-Karten, die, finde ich, eine sehr coole Mechanik sind, die mich so ein bisschen an Star Wars Legion erinnern und die ganzen Upgrades, die man draufpacken kann auf seine Schiffe und die Extra-Effekte, wie die Events, die man zieht, wenn man eben die gleiche Initiative hat, der Effekt der Admirale, die man dazu nimmt, die einzelnen Upgrades, die man auf den Karten selber vermerken kann. Dieses Ganze, das stapelt sich so ein bisschen aufeinander und macht es auch, muss ich auch ehrlich sein, nicht unbedingt super einfach zum Spielen, weil man sich dieses ganze Zeug erstmal merken muss, aber es entwickelt eine enorme Spieltiefe und wirklich was, das anders ist, also das sich irgendwie anders spielt. Ich glaube, wenn ich es vergleichen müsste mit was, dann wäre es tatsächlich eher was wie X-Wing zum Beispiel. Also an X-Wing hat es mich tatsächlich sehr stark erinnert, gerade wegen den Upgrades und wegen den Bewegungsschablonen, die, wie ich finde, extrem gut funktionieren. Das machen nicht alle Spiele so gut mit den Schablonen und hier funktioniert das ganz hervorragend und ich finde, sie haben auch an den richtigen Stellen die Regeln so ein bisschen weg von der Simulation, ein bisschen vereinfacht gemacht und sie dadurch ein bisschen besser spielbar gemacht, aber wie gesagt, die Komplexität ist definitiv da und ich würde euch auch definitiv raten, wenn ihr das Spiel ausprobiert, spielt es wirklich erstmal nach dem Tutorial-Szenario, das im Regelbuch drin ist. Das sind einfach bloß zwei Schiffe auf jeder Seite ohne die Initiative-Karten und ohne extra Additional-Regeln, weil es gibt einiges an Regeln, die habe ich jetzt noch nicht mal zeigen können. Also man kann zum Beispiel auch auf die Segel schießen oder man kann vor allem sich auf die Crew konzentrieren, wenn man auf die feuert. Dann wirft man dann halt keine Attackenwürfel mehr, sondern dann wirft man eigentlich nur kritische Würfel und davon halt weniger und nur die jeweiligen Ergebnisse entweder auf die Segel oder auf die Crew zählen tatsächlich. Und man kann andere Schiffe rammen, das ist allerdings primär schlecht für das rammende Schiff. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man einfach in den Gegner reinrammt und ihn damit zerstören kann. Und dann hat es noch teilweise richtig coole, abgefahrene Upgrades, die man sich holen kann. Es gibt zum Beispiel eine Upgrade-Karte, die heißt einfach Feuerschiff. Also dieses, was ihr vielleicht kennt aus historischen Schlachten, dass ein Schiff angezündet wird und dann einfach mitten in die gegnerische Flotte reingeschickt wird, um da für Unordnung zu sorgen. Und das kann man sich als ein Null-Punkte-Upgrade kaufen. Dann kann dieses Schiff keine anderen Punkte mehr kriegen, also keine anderen Upgrades und man kann es ganz normal als Schiff ins Feld führen und wenn es dann ein gegnerisches Schiff rammt, dann macht es so richtig Schaden. Also das ist so richtig ein richtig böses Schiff, um gerade die größeren Schiffe auch so ein bisschen zu stören und denen gefährlich zu werden, weil die extrem unmobil sind. Und natürlich, ihr habt jetzt gesehen, wir haben jetzt nicht mit Linien-Schiffen gespielt, also nicht mit diesen großen Schiffen mit ganz vielen Reihen aus Kanonen. Die gibt es auch, aber der Fokus ist tatsächlich auf diesen kleinen, teilweise umgebauten, umfunktionierten Handelsschiffen wie den Piratenschiffen und sowas, die sich halt diese kleinen Gefechte liefern. Aber man kann definitiv auch diese großen Schlachten machen mit so richtig großen Pötten. die auch tatsächlich Schwächen haben, also die auch, wenn sie eben von hinten zum Beispiel beschossen werden, deutliche Schwächen haben und die deutlich weniger manövrierfähig sind, weniger schnell. Das heißt, da können die kleinen Schiffe schon auch einiges ausrichten. Und dann gibt es dann auch lustige Szenarios wie eben Landungsoperationen, wo man wirklich, man kann als Crew-Aktion eine Landungstruppe absetzen, ein Landungsboot, das dann auf eine Insel geht und dann potenziell gegen andere Landungstruppen von anderen Schiffen kämpfen kann. So ein bisschen wie bei Dropfleet Commander. Das finde ich auch wieder total cool, weil einfach schon allein die Szenariermöglichkeiten, auch um sich eigene Szenarios zu machen, wirklich, wirklich umfangreich sind, letzten Endes. Und ich finde, solche Möglichkeiten finde ich einfach extrem toll, weil es einfach, ja, dem Ganzen einfach so ein cooles Story-Element auch geben, auch wenn das Spiel selber doch sehr, ja, sehr gamey ist. Und auch, ihr habt vielleicht gesehen, die Initiative-Karten, die der Patrick hatte, waren ein Stückchen nützlicher und stärker als meine. Ich habe halt einfach so ein bisschen mir zusammengesucht, was ich irgendwie cool fand an den Initiative-Karten. Da hatten wir mit den Piraten ja relativ viel Auswahl, weil man da aus mehreren Nationen sich die Karten zusammensuchen kann. Es gibt auch noch allgemeine Karten, also nicht alle sind nationsgebunden. Und da habe ich jetzt halt nicht unbedingt die allerbesten rausgesucht. Und genauso bei der Szenario-Auswahl, was schon wieder so ein ganz eigenes kleines Metagame ist, was mich auch so ein bisschen an Star Wars Legion, aber auch an Sachen wie Warcry erinnert, mit denen, dass jeder Spieler eine Aufstellungskarte auswählt, die dann wiederum wahnsinnig Auswirkungen darauf haben kann, wie man dann nachher seine Schiffe aufstellt und wie man sich taktisch positioniert, weil ja der Wind immer eine Rolle spielt. Und in dem Fall hat mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, der Patrick einfach ausmanövriert. Der hat sich, ich hätte früher diese Karte, die er genommen hat, die hätte ich mir schnappen sollen, weil ich der Angreifer war und dann hätte ich mich näher bei den Missionszielen aufstellen können, dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen aufsplitten müssen, aber das hätte mir wahrscheinlich einen Vorteil gegeben. Das hat der Patrick natürlich erkannt und bei erster Gelegenheit sich die Karte geschnappt und dann war ich erstmal im Nachteil am Anfang und den musste ich erstmal wieder ausgleichen. Aber ihr habt ja auch vielleicht gesehen, es war am Schluss jetzt doch ziemlich, ziemlich knapp. Und ich bin wirklich, also ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel. Ich habe da auch echt Bock drauf, das weiterzuspielen und ich habe ja auch ein paar andere Schiffe noch schon angemalt und mal gucken, vielleicht werde ich demnächst mal nochmal mit dem Patrick eine größere Schlacht hinkriegen. Da werden wir uns dann allerdings noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil gerade wenn man relativ neu im Spiel ist, sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Also wir haben da jetzt schon relativ lang gespielt. Ich glaube, wir haben so um die vier Stunden gebraucht. Allerdings mit das Szenario aufbauen, weil da kann man halt das Szenario nicht vorbereiten, sondern es ist halt Teil des Spiels, dass man diese abwechselnde Kartenziehen macht und dann auch zusammen den Spielplan aufbaut sozusagen, wo man abwechselnd Gelände platziert. Weil ihr habt ja auch gesehen, das war auch extrem relevant in diesem Spiel. Gerade die Felsen und die Inseln, die halt komplett auch den Weg blockieren. Und das sind alles so Sachen, die muss man einplanen. Und gerade diese kleinen Sachen, so diese ganzen Sonderregeln und die kleinen Fähigkeiten, die man auf jedem Schiff hat und so was. Wir haben da auch garantiert ein paar immer mal wieder vergessen. Also tut mir leid, wenn ich da hier und da Fehler gemacht habe beim Spielen. Das ist wirklich so ein Spiel, da macht man am Anfang Fehler. Und deswegen fangt langsam an, fangt mit wenigen Schiffen an, dann kriegt ihr auch eine Runde schnell rumgespielt. Einige von den Szenarios gehen auch tatsächlich deutlich fixer und sind deutlich tödlicher. Hier ging es jetzt tatsächlich viel ums Manövrieren, um den Gegner ausmanövrieren, was natürlich auch cool ist, aber das ist was, das variiert tatsächlich von Szenario zu Szenario und man kann auch sehr gut ein Spiel spielen, wo man einfach nur sich gegenseitig beharkt. Das ist gar kein Ding, das funktioniert bei X-Wing ja genauso. Also von mir tatsächlich muss ich sagen, eine Empfehlung. Also ich glaube, mich stören persönlich die Figuren nicht. Wenn sie euch stören, dann kann ich da leider nicht viel machen. Aber ich finde sie tatsächlich ganz cool. wenn euch der Preis nicht zu hoch ist, wie gesagt, ich glaube die Grundbox ist bei 70, 75 Euro. Da kann man aber auch wirklich schon sehr, sehr gut draus spielen. Also ich habe jetzt hier noch die eine Box mit der Queen Anne's Revenge und der Revenge, also den Piratenschiffen, hatte ich noch dabei. Da sind dann entsprechend auch die Piratenkarten dabei, aber die braucht man definitiv nicht. Da kann man auch mit den drei Schiffen, die man pro Seite dann hat mit der Grundbox, kann man wirklich gute und große Spiele auch spielen, weil jedes einzelne Schiff schon sehr, sehr detailliert simuliert ist und man auch mit wenigen Schiffen das Gefühl hat, dass man tatsächlich was macht und taktische Optionen hat. So, das war es jetzt erstmal von mir. So langsam wird es hier in meinem Zimmer auch ordentlich warm. Ich hoffe, euch ist auch schönes Wetter und ich danke euch ganz herzlich fürs Reinschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am meisten. Und wenn ihr mich sonst noch unterstützen wollt, dann findet ihr alle Informationen dazu wie immer in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.